Wenn das Funkenholz von Hand zu Hand botten, bis an den obersten Spitzen. So viel Schaf geist, geht Torst. Und auch der Hunger auf heisse Würstchen ist gross. Ohne lange Einladung wissen sie auch die Kleinsten zu feiern. So eine Wurst und Brot ist halt nie als gut, als eben am Funken Sonntag im Freudenberg oben. Zur Verdauung schmeckt eine Zigarette extra gut. Fastenfeuer am Lernen.